Soll ich oder soll ich nicht? Das ist hier die Frage. In unserer Kategorie Traumhof Heilpraktiken für Psychotherapie begegne ich auch einer Frage immer wieder und zwar die Frage, soll ich oder soll ich jetzt nicht die Ausbildung machen? Ich habe schon darüber nachgedacht. Ich habe möglicherweise schon viele Jahre lang darüber nachgedacht. Dann komme ich immer wieder mal an den Punkt, mache ich das oder ich mache es nicht. Aber irgendwie beschäftigt mich diese Frage immer und immer wieder. Und ich glaube und dazu möchte ich dich jetzt einladen, dass du dir selbst mal diese Frage erlaubst. Was macht das mit dir, wenn du immer wieder überlegst, soll ich oder soll ich nicht? Das sorgt dafür, dass wir uns innerlich so bestimmte Gestalten nicht schließen können. Das sind Dinge, die uns irgendwie festhalten. Das ist vielleicht so ein bisschen wie das Wort Steuererklärung. Das Wort Steuererklärung, das sorgt so dafür, ich muss da was machen, weil ich weiß nicht, wie ich es mache. Ich weiß nicht, wann ich es mache. Es wirkt auch so ein bisschen überfordernd auf mich. Ich weiß, aber ich sollte es tun. Es macht ja Sinn. Ich muss es sogar vielleicht tun. Und den gleichen Effekt gibt es eben auch, wenn wir uns Fragen innerlich stellen und sie nicht zu einer Entscheidung bringen. Wir drücken uns so ein bisschen um die Entscheidung herum, lassen uns etwas offen und hoffen dann später wieder darauf zurückzukommen. Und meine Erfahrung ist, immer und immer wieder, das war früher in der Wirtschaft schon so, wenn ich mit Menschen gesprochen habe, die zum Beispiel sich gerne ein Haus kaufen möchten. Ich komme ja aus der Wirtschaft und dann wollten viele Menschen Baufinanzierung und haben sich überlegt, ja, Haus kaufen, wir haben schon darüber nachgedacht, dann wird es wieder verschoben. Zwei Jahre später kommen sie wieder und haben sie immer noch nicht gebaut. Fünf Jahre später und dann ärgert man sich irgendwann, dass man es dann doch nicht gemacht hat. Und genauso ist es beim Heilpraktier für Psychotherapie oder medizinischen Heilpraktier genauso, dass ich immer wieder Menschen erlebe, oh, ich habe so viele Jahre darüber nachgedacht und jetzt bin ich schon fast zu alt gefühlt, obwohl man aus meiner Sicht auch nie zu alt ist, um das zu tun. Und meine Empfehlung ist, dass du dir eine Liste machst, von mir aus für Pro und Contra und dir innerlich sagst, okay, entweder gehe ich das Thema jetzt an, du wirst übrigens nicht blöde, auch wenn du irgendwann wieder aufhörst oder was auch immer, ich nehme das Thema an, ich habe die Chance auf eine staatliche Psychotherapieerlaubnis, die kann mir später im Leben auch keiner mehr nehmen, wenn ich nicht irgendwie polizeilich auffällig werde, dann habe ich das sozusagen im Sack und kann wann immer ich das will nutzen. Ich kann immer, ob ich das erst in der Rente nutze, ob ich es jetzt nutze, ob ich mir berufsbegleitend was aufbaue, ob ich da gleich voll einsteige. Du hast alle Möglichkeiten, du hast die größte Flexibilität, aber ich fange jetzt an und gucke, ob ich das möchte und ob es was für mich ist. Oder du entscheidest dich und sagst, nein, ich entscheide mich dafür, dass ich es nicht mache. Aber dieses, ich tue es nicht, bringt dich auch wieder in die Eigenmacht. Und häufig fühlen wir uns so ohnmächtig, weil ich merke, dass hinter diesen, soll ich oder soll ich nicht, häufig eben noch andere Sachen stecken. Zum Beispiel die Frage, bin ich zu blöd zum Lernen? Darüber habe ich übrigens extra Video gemacht. Bin ich zum Dumm dafür? Habe ich extra so provokant genannt. Also es sind andere Glaubenssätze hinter, schaffe ich das noch, kann ich das noch, in meinem Alter, bin ich noch schlau genug, ich war so lange nicht in der Schule. Das sind dann die wirklichen Themen, mit denen ich mich beschäftigen dürfte. Auch zeitlich, ja, schaffe ich das. Also zeitlich, das ist auch immer letztendlich vorgeschoben, weil wenn du dich für etwas interessierst, dann kostet das zwar vielleicht Zeit, aber du merkst die Zeit eben nicht so, weil du eben dich so sehr für das Thema interessierst. Du interessierst, du brennst dafür. Und deswegen lade ich dich ein, um das innerlich, diese offenen Loops, wie ich sage, schließen zu können, lohnt es sich, eine ganz glasklare Entscheidung zu treffen. Entweder ich mache es und dann möchte ich dir empfehlen, du entziehst durch, dann setz dich hin, mach dir einen Plan, dafür gibt es ganz viele Hilfestellungen, wie du das dann schaffen kannst. Und wenn du auf dem Weg merkst, auch das Thema interessiert mich doch nicht mehr, okay, aber du lernst trotzdem etwas dazu. Oder du entscheidest dich und sagst, nein. Und dann wünsche ich dir, dass du es auch ruhen lässt. Dann darfst du es ruhen lassen, dann musst du dich nicht permanent damit beschäftigen, weil das ist das, was uns immer wieder fertig macht. Diese offenen Loops im Gehirn, die Dinge, die nicht abgeschlossen sind, von den Dingen, die ich weiß, die ich eigentlich machen wollte. Das ist wie, ich wollte schon immer meine Abstellkammer aufräumen oder wie auch immer. Das bewegt uns und die ganze Zeit rührt das in uns und quält uns, anstatt vielleicht dann zu sagen, ich räume es einfach nicht auf. Ich habe mich entschieden dafür, ich räume es nicht auf. Aber dann bist du in einer ganz anderen Haltung. Du bist in einer klaren, eigenmächtigen Haltung und bist eigenmächtig davor zu entscheiden. Und das ist das, was ich dir ganz, ganz doll wünsche. Ich lade dich auch ganz herzlich ein, wenn du mehr Informationen haben möchtest, geh gerne auf unsere Webseite und erkunde dich. Verschaff dir erstmal ein Bild darüber, was es bedeutet, Heilpraktikerin für Psychotherapie zu werden. Schau dir die Themen an, interessiert mich das? Wie ist das vom Lernaufwand? Kann ich das bewältigen? Komme aber immer mehr in die Eigenmacht und verschaffe dir ein glasklares Bild. Das ist das, was ich dir unbedingt empfehlen möchte. Und auf der anderen Seite möchte ich noch sagen, dass die Menschen, die sich dann dazu durchgerungen haben und sagen, ich mache das jetzt, in den allermeisten Fällen sehr, sehr dankbar sind. Warum? Eine Schülerin hat mal zu mir gesagt, Dirk sagt den Leuten auch, dass diese Ausbildung auch etwas persönlich mit dir macht. Also das heißt, du machst dich persönlich auch auf eine Reise. Du machst ja nicht nur das für andere, sondern du machst es ja auch für dich selber. Du kommst dir selber ein bisschen mehr auf die Schliche. Du erfährst Dinge, wie du möglicherweise dir selbst ein Stückchen noch mehr helfen kannst, wie du selber ein Stück heiler werden kannst. An diese Information kommst du eben nicht ran, wenn du dich nicht intensiv damit beschäftigst. Wenn du dich mit Menschen verbindest, bist du, die sich damit intensiv beschäftigen, dann wird das ja natürlich umso schwerer. In diesem Sinne, vielen Dank. Wenn dir das Video gefallen hat, wäre ich dir sehr dankbar. Gib dem ganzen Daumen hoch und abonniere unseren Kanal, damit du kein weiteres Video verpasst. Schreib gerne in die Kommentare, wenn du Fragen hast oder wenn du Wünsche hast für weitere Videos. Bis bald, dein Dirk. Bis bald,